Hi, ho! Zwischen dem letzten Video und dem hier ist ein bisschen Zeit vergangen, weil ich habe gerade noch was anderes uraltes bei mir gefunden. Ey, das probiere ich heute auch noch. Und noch mal was für die letzte. Es war damals eine Zeit, da war Sahne total verpönt wegen Fett und so. Und da haben sie anstelle von Sahne, dass man Milch aufschlagen kann. Was da drin ist, dass es überhaupt funktioniert? Es ist so faszinierend. Manchmal hat man so Sachen, die man als Kind einfach isst. Was ist Carragene? Sekunde. Vorteil, wenn man in seinem Zimmer ist. Carragene ist eine Sammelbezeichnung einer Gruppe langkettiger Kohlenhydrate, die in Rotalgenzellen vorkommen. Die Namen stammen aus dem irischen. Hey, witzig. Es handelt sich um lineare, anionische, die die Struktur chemisch unterscheiden lässt. Also, kurz gefasst, es sind Algen. Ich mache, es ist vegetarisch. Schön. Ja, doch, passt. Cool, probiere ich. Ich bin krankhaft begeistert. Okay, eigentlich sollte sowas ganz anderes gehen. Aber, naja, dann machen wir das jetzt halt zu dem Video heute. Und, aber mehr kann ich jetzt gar nicht dazu erzählen. Also, ich weiß noch, dass ich, als ich es als Kind gemacht habe, war das leider Gottes bei mir nie wirklich schaumig geworden. Aber, ich habe auch gerade eben nachgelesen, dass man das, nachdem man es aufgeschlagen hat, im Kühlschrank stellen soll. Ach, ich als Kind nicht gemacht. Ich muss zugeben, ich habe als Kind nicht viel gelesen. Auch solche Sachen nicht. Ja, gut. Dann probiere ich es nachher doch tatsächlich mal. Ja, gut. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.